Ja, warte, ich muss auf dieses Night-Session. Das ist zu hessisch hier vorne, das sagst du nicht. Aber hat kein Ton, ne? Doch, doch. Auch Ton? Ja, Mann. Ach, Killer, ich kann die ganze Zeit kommentieren. Die Elite macht langsam warm. Teambesprechung hier bei Team Play Hard. Und wie sie auch immer heißen. Kommt, Jungs. 100% jetzt, Jungs! Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Das ist mein Schild, denkst du? Boah, das ist das, ey. Ja, ja. Wir müssen rüber, Jungs. Ja, okay. Feier, ich stehe in die Kamera live, sehr leid. Sind Sie nervös vor Ihrem ersten Spiel? Oh ja, natürlich. Ja? Schon Champions League-Gefühle hier. Okay. 100% Coach. Kein Gegentor, direkt Tore machen da, bitte. Danke. Zeig mir mal, was die Boiler draufhaben jetzt. Hey, Bruder, ich und du sind die eigenen Boiler. Schiedsrichter wird da unten noch mit beobachtet, hier bei uns. Hier kommt, wie heute? Ja, ja, hier, hier, hier. Achso, von YouTube oder was? Ja, ja. Wir haben eine Million Abonnenten. Ja, ja. Ja, der macht das, ich nicht. Ich bin heute Kameramann. Das ist der Jury. Ähm, Schiedsrichter? Machst du auch einen Preis? Hier, Sponsoring. Sponsoring. Da kriegt man Stundengeld und so, muss sich viel machen. Was sagst du zu diesem Turnier, Jury? Das läuft. Das Spiel ist ja nicht mein erstes Mal. Ich war schon letztes Jahr dabei. Dieses Jahr schon drei, vier Mal. Und haben Sie schon einen gesehen, der potenziell überragend herausstechen könnte? Ja, ich guck mal, ich spiele nicht so genau. Achso. Ich hab gedacht, er muss schon mal. Aber es ist schon mal ein Spielgebieter. Also. Kommt, Jungs. 100% da. Und wiederholen, wiederholen, wiederholen. Zurückarbeiten. Pressing da. Sehr stark, Jungs. Die Lücken zumachen. Einfach mit Ton. Die kann ich gar nicht fassen, Alter. Ne? Sieht so unisch, aber außen. Ich glaube, die haben da fast auch schon. Ja, Mann. Ja, wir haben einen Zufall. Das ist nicht so einfach. Nicht so einfach! Holen, holen da! Jungs, bisschen mehr Brexing da! Nicht so einfach! Ey, ist der nicht in der gelben Linie? Es ist heutzutage auch schwer. Da muss man schon sehr früh anfangen. Spiel, Spiel, Spiel! Ja, ja. Ja! Der ist gut, der ist gut! Ich finde, der ist im Kreis! Aber wenn man dann schon drin ist, ist das schon ziemlich steil. Guck mal, bis jetzt wird der immer mehr gehalten. Eckball, Eckball! Ja! Darf ich wieder nehmen? Ja, ist doch gut! Ja! 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 Herr Luca hätte nichts anbrennen lassen! Ich will der Tor sehen, Jungs! Mehr, mehr, mehr! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Nein! Nee, ich bin hier! Ja! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.